Guten Tag, Herr Kollege, 17 Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren, die wir jetzt dreimal in der Woche mit voller Operation von Arnold Braun. Heute zeigen Sie uns Ihr bereits erwärbtes, fortprobatisches Können mit einem Weihnachtsfrühens. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.